Ich bin ein ruhiger, in sich gekehrter Mensch geworden. Egal, was in dem Film rüberkommt, was andere sagen, was andere denken, es spielt keine Rolle mehr. Es war alles Friede, Freude, Eierkuchen, am Ende waren Regenbogen, es war alles schön, alle waren schön, gut aussehend, erfolgreich, haben gut gerochen, tolle Autos, tolle Anzüge. Wo sind meine Ringe? Es ist Zeit für den Abschluss dieses Abends. Oh nein. Wenn du mein Mann wirst, trag diesen Siegelring ein Leben lang mit dir, dein Blut, dein Herz und deine Seele teilen für diese Firma. Er wird in diesem Monat, er, alleine, 70.000 Euro verdienen, nur weil er es so tut, wie ich es will und wie ich es sage. Ein optimaler Vertrieb, meines Erachtens nach, muss geführt werden mit der Organisation, der Ordnung, dem fleißenden Disziplin der ehemaligen Sowjetunion, ja, streng, hierarchisch, straff. Volker, es macht doch keinen Sinn mehr, eigentlich können wir diese Drecksniederlassung schließen. Jeden Tag 30, 40 Prozent, Volker. Zum Ende, dort meiner Zeit, war es halt so schlimm eigentlich, dass es schon irgendwo diktaturähnlich war. Unterstützt mich doch ein wenig mehr. Ich kämpfe bei den Versicherern, bei den Vorstellten. Hol eine scheiß Kondition nach dem anderen raus. Aber das Schöne im Leben ist, dass wenn man seine Grenzen nicht kennt, dass man keine Grenzen hat. Das Schöne im Leben ist, dass man seine Grenzen hat.